Helmut, im September findet die Messe SMM in Hamburg statt. Eine wichtige Messe für Stauf. Dominik, das ist so. Das ist eine internationale Schifffahrtsmesse, die in Hamburg, Deutschland stattfinden wird. Wir freuen uns auf dieser Messe, weil wir dort Branchenfachleute endlich wieder treffen können. Die Messe war ja bereits für 2021 geplant, wurde dann aufgrund von Corona verschoben, letztendlich dann abgesagt leider. Das heißt doch, dass du und dein Team jetzt hohe Erwartungen an die Messe habt. Haben wir. Nachdem wir Corona-bedingt lange Zeit Kunden nicht live sehen konnten, werden wir nun auf der SMM unsere Geschäftspartner wieder treffen. Wir werden dort Gespräche führen und freuen uns drauf, diese Menschen wieder live sehen zu können. Welche Highlights erwarten denn den Besucher des Staufstandes auf der Messe? Kannst du uns ein paar Details geben? Ja, wir werden auf der einen Seite werden wir in der Halle A1 auf unserem Stand ein reichhaltiges Filterprogramm zeigen. Filter-Elemente, neue Filter-Elemente. Darüber hinaus werden wir selbstverständlich unsere Rohrschellen, unsere Schlauchschellen vorstellen. Auch hier haben wir innovative Neuerungen vorbereitet, die wir nun auf der SMM erstmalig vorstellen werden. Neuerungen, Stichwort Stauf-Line. Stauf-Line wird sicher auch im Zentrum stehen. Ja. Der Stauf-Liner wird zwischen den Hallen A1 und A2 positioniert. Bei dem Stauf-Liner handelt es sich um ein Demo-Fahrzeug. In diesem Demo-Fahrzeug werden wir ein reichhaltiges Programm von Stauf-Verschraubung, Stauf-Connect vorstellen. Wir werden das neue Stauf-Evo-System vorstellen. Wir können dort das System live vorstellen, in Aktion. Kunden können kommen, können selbst kalt umformen, können also selbst sehen, wie diese Maschinen arbeiten. Und wir werden Fachleute haben, die beratend zur Seite stehen. Das hört sich alles sehr spannend an. Welche Möglichkeit oder welche einfachste Möglichkeit hat denn der Besucher, mit dem Stauf-Team einen Termin zu vereinbaren? Läuft total einfach, Dominik. Sie brauchen nur auf stauf.com.sm gehen. Dort haben Sie die Möglichkeit, Termine einzugeben. Sie können mich dort treffen. Sie werden auch meine Mitarbeiter treffen können. Also es läuft sehr einfach und wir freuen uns drauf. Musik Musik Musik